Kapitel 11. Trost suchen und Häuser heilen. Harrys Sicht Nach dem Frühstück entschuldigte sich Draco, um im Büro zu arbeiten. Harry wanderte durch den Garten des Manors und umrundete das Haus in einem weitläufigen Bogen. Die Ruhe und die Lieblichkeit der Außenanlage machten Harry melancholisch. Harry liebte das Manor. Er erinnerte sich daran, dass er einen großen Teil seines Vermögens in das Anwesen gesteckt und es nach seinen Vorstellungen umgestalten hatte. Mit jedem Tag Arbeit hat er sich mehr in den alten Herrensitz verliebt. Hermina hat ihn darauf hingewiesen, dass er die Renovierungsarbeit durchaus nicht alleine durchgeführt hatte, sondern zusammen mit Draco. Doch Dracos Rolle in der ganzen Angelegenheit blieb eine Leerstelle in Harrys Gedächtnis. Er nahm sich vor, Draco später darauf anzusprechen. Es gab so viel, dass er nicht mehr wusste. Die Anzahl der Fragen, die Harry zu ihrem gemeinsamen Leben hatte, waren unendlich. Als Harry zurück am Haus war und bei ihrem Außenpool vorbeikam, überlegte er, ob sie in den nächsten Tagen nicht schon die Sommersaison eröffnen konnten. Der Mai zeigte sich von seiner besten Seite und die Haushelfen waren in der Lage, das Wasser mit ihrer Magie auf angenehme Temperaturen zu erwärmen und mit Straßeszaubern warm zu halten. Auf der Veranda machte Harry eine kurze Pause und las die Post, die Tinky ihn auf einen silbernen Tablett vor allem auf den Tisch gelegt hatte. Da war eine Einladungskarte, ein Flyer für eine Sonderverkaufsaktion, eine Rechnung und ein paar Grußkarten mit Genesungswünschen. Darunter auch eine Karte aus Hogwarts. Lieber Harry, mit Bedauern hörten wir von Ihrem Unfall. Ich schicke Ihnen die besten Genesungswünsche von der gesamten Lehrerschaft. Minerva lässt Ihnen ebenfalls die herzlichsten Grüße ausrichten. Wir hoffen, dass es Ihnen bald besser geht und eine Zusammenarbeit im neuen Schuljahr nicht zum Wege stehen wird. Ich zähle auf Sie. Erholen Sie sich gut und lassen Sie von sich hören, wenn es Ihnen wieder besser geht. Damit war wohl klar, dass Harry sich tatsächlich in den Vorstand der Elternpflegeschacht gehen gelassen hatte. Es freute Harry. Minerva war einfach viel zu konservativ gewesen. Graham wirkte dagegen geradezu progressiv und würde Hogwarts mit Sicherheit ins 21. Jahrhundert bringen. Harry hatte große Lust, ihm dabei zu helfen. Seine Arbeit als Auror sollte ihm in Zukunft nicht mehr daran hindern, Zeit mit seiner Familie zu verbringen und sich Dingen zu widmen, die ihm wichtig waren. Mit dem Gedanken bereits wieder bei der Arbeit dauerte es nicht lange, bis Harry an seinen verstorbenen Pater John dachte. Dass er nicht mehr da war. So alt war er doch gar nicht gewesen. Eine verdammte Herzschwäche. Wieso hatte Harry nichts davon bemerkt? Er hätte John überreden können, kürzer zu treten. Eine Welle der Traurigkeit überkam Harry und er wusste nicht so recht, wohin mit seinen Gefühlen. Kurz überlegte er, ob er Draco wohl zu einem kurzen Tee-Pause bewegen konnte, verwarf den Gedanken aber sogleich. Das Frühstück war noch nicht mal zwei Stunden her und Draco wollte bestimmt in Ruhe arbeiten. Es war ja eh schon sehr lieb, dass er sich zwei Wochen freigenommen hatte, um Harry Gesellschaft leisten zu können. Überdrückt, von seinem langen Rundgang körperlich erschöpft, streckte sich Harry auf der großen Hängeschaukel aus, die unter dem Dach der Veranda befestigt war, und fiel in einen traumlosen Schlaf. Er wurde erst wach, als Taps auf seinen Schoß landete und seine Arorenreflexe dazu führten, dass er fast von der Schaukel gefallen wäre. Der Kater landete geschickt auf seinen vier Pfoten und verdrückte sich Maunzen. Himmel, warum hatten sie keine Kniesel? Die galten als intelligent und wussten mit Sicherheit, dass man einen Schlafenden nicht so erschreckt. Harry setzte sich zurück auf die Schaukel. Das Druckgefühl in seiner Brust war immer noch da. Bald würden die Elfen zum Mittagessen rufen, also konnte Harry nun ohne schlechtes Gewissen nachschauen, was Draco so trieb. Steif erklommen er die Stufen in die erste Etage, auf der sich ihre Schlafzimmer und ein paar andere Räume noch das Büro und die Bibliothek befanden. Von Antares Zimmer blieb er stehen und öffnete die Tür. Der Raum verströmte noch immer den vertrauten Geruch, aber alles wirkte furchtbar aufgeräumt und einige der Kinderspielzeugkisten waren verschwunden. Kahle Stellen an den Wänden zeugten davon, dass Ari ein Paar seiner Poster mit nach Hogwarts genommen hatte. Auch das Plakat von Teddys Band, Magic Reams, war verschwunden. Aus einem Impuls heraus öffnete Harry den Kleiderschrank und sah, dass auch ein Großteil von Aris Garderobe fehlte. Er strich mit den Fingern über einen Strickpulli, der ganz nach Mollis Kreation aussah, und führte einen Ärmel zu seiner Nase. Auch hier war der Geruch seines kleinen Jungen noch ganz leicht wahrnehmbar. Der Anblick des ausgeräumten Zimmers half nicht gerade Harrys Stimmung zu verbessern. In Mirias Weggang hatte er sich inzwischen gewöhnt, aber nun war auch das Küken aus dem Haus und Harry wusste nicht einmal, wie Antares Einschulung und seine ersten Schulwochen verlaufen waren. Alles ausgelöscht durch diesen verdammten Fluch. Niedergeschlagen erwog Harry, Ron oder Hermine anzuflohen. Stattdessen setzte er seinen Weg zum Arbeitszimmer fort. Auf den letzten Metern fiel ihm ein, dass er Mirias und Antares Briefe aus den vergangenen Monaten lesen könnte, die er, sie, dort aufbewahrten. Als Harry vor der geschlossenen Bürotisch stand, fühlte er sich wie ein Eindringling, obwohl es dasselbe Zimmer war, in dem er immer arbeitete, wenn er zu Hause war. Der erklopfte er zwar an, öffnete die Tür allerdings, ohne auf eine Antwort zu warten. Das Büro gehörte mit seiner altmodischen, gemütlichen Herrnzimmeratmosphäre zu Harrys Lieblingsräumen im Haus. Seine Einrichtung entsprach den kitschfreien, viktorianischen Stil, der fast überall im Mäner zu finden war. Hohe, dunkelbreine Bücherregale bedeckten einen Großteil der Wände. An einer Seite des Zimmers befand sich ein Kamin. In der Ecke standen zwei hellgemusterte Sessler. Auf der anderen Seite führten zwei hohe, breite Flügeltüren direkt in die Bibliothek. Die Mitte des Raumes wurde von einem schweren Schreibtisch beherrscht, an dem sich zwei Personen gegenüber sitzen konnten. Dass auch Draco hier einen Arbeitsplatz besaß, hatte der Obliviate aus Harrys Gedächtnis gelöscht. Dementsprechend verwundert war er, Draco nicht an seiner Hälfte des Tisches zu sehen, sondern auf der anderen Seite. Der Slivel schaute bei Harrys Eintreten auf und lächelte. Hallo, grüßte Harry und fühlte sich verpflichtet, seinen Besuch zu erklären. Ich dachte, ich lese mir mal die Briefe von Antares und Mirja durch, um zu wissen, was sie so getrieben haben. Gute Idee, meinte Draco und vertiefte sich auch schon wieder in seine Arbeit, woran auch immer die bestand. Harry ging zu einem der Regale und holte die Post von Mirja und Ari aus einem Kästchen. Dann setzte er sich an seinen Schreibtisch und öffnete die Umschläge, ohne mit dem Lesen anzufangen. Er fühlte immer noch diese unangenehme Schwere in seiner Brust. Draco kritzelte ein paar Notizen auf einen Muggelblock. Harry starrte auf die Briefe, dann sah er wieder zu Draco hinüber. Er fuhr sich gerade mit der linken Hand durchs Haar, was seine Frisur etwas durcheinanderbrachte. Eine Strähne stand nun etwas vorwitzig ab. Draco runzelte die Stirn beim Lesen des nächsten Abschnitts. Unbewusst führte er seinen edlen Muggelfüllerfederhalder zum Mund und steckte diesen das Ende zwischen die Lippen. Mit einer Schreibfeder wäre das nicht möglich gewesen. Antares schrieb auch lieber mit Muggelstiften. Mirja bevorzugte Schreibwaren aus der Zaubererwelt. Harry fühlte ein Kloß im Hals. Gerne hätte er Draco erzählt, wie trostlos im Antares Zimmer vorgekommen war und über Johns Tod wollte er auch nochmal sprechen. Vielleicht sollte er doch Hermine anflohen. Aber die war sicher gerade im Ministerium mit irgendeinem Rechtsstreit beschäftigt und Ron, der stand in der Werkstatt von Weasleys Wizard Weasels und bastelte an einen neuen Erfindung herum. Draco war hier. Ich hab mir mal Antares Zimmer angeguckt, sagte Harry in den Raum hinein. Hm, gab der Blonde abwesend zurück und blätterte eine Seite in seinem Buch weiter. Es kommt mir so vor, als ob ich seine Einschnung verpasst hätte. Liest du deswegen die Briefe? fragte Draco mit leichter Verzögerung, ohne den Blick zu heben. Ja. Ich hab immer gedacht, ich bekomme nicht genug von den Kindern mit und nun habe ich gleich ein ganzes Jahr verpasst. Ist das nicht eine Ironie des Schicksals? Schicksal, ich holte Draco, ohne richtig hingehört zu haben. Oder kann man es als gerechte Strafe bezeichnen? Was? Draco stockte nun doch in seiner Arbeit und sah Harry an. Gerechte Strafe? Wofür denn? fragte er mit echter Neugier. Dann schien er sich zu besinnen und meinte, weil du den Kampf gegen La Strange verloren hast? Du tust so, als wärst du schuld an dem Fluch, dabei bist du das Opfer. Du kannst nichts dafür. Als sei damit alles gesagt, wandte sich Dracos Augen erneut einem Text zu. Nicht? Ich habe im Dienst versagt, einen Fehler gemacht. Keine Ahnung, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Hm, stimmt. Harry Stirnrunzen vertiefte sich bei Dracos Zustimmung. Aber er hatte ja recht. Ja, ja, nicht wahr? Und ich hab gedacht, ich würde gerne Johns Grab besuchen. Ich hätte auch auf John besser aufpassen sollen. Wieso hat er mir das mit der Herzschwäche nicht gesagt? Wir waren so ein gutes Team. Habe ich es absichtlich nicht beachtet, um ihn nicht als Partner zu verlieren? Harry merkte, dass seine Stimme einen brüchigen Klang angenommen hatte. Dracos schien das auch aufgefallen zu sein, denn er richtete wieder seine volle Aufmerksamkeit auf Harry und musterte ihn mit einem prüfenden Blick. Sein Gesicht nahm einen weichen, mitfühlenden Ausdruck an. Er kam um den Tisch herum und setzte sich halb auf die Tischplatte, schräg vor Harry. Der fuhr fort. Ich glaube halt, dass nichts von der ganzen Scheiße geschehen wäre, wenn ich besser aufgepasst hätte. Ich hätte auch Johns Tod verhindern können. Aber nein. Draco drückte Harrys Schulter. John hat niemandem von seinen gesundheitlichen Problemen erzählt, weil er unbedingt im Außendienst bleiben wollte. Er ist das Risiko bewusst eingegangen. Nach dem Tod von Mathilde war er sowieso nicht mehr der Alte. Die Arbeit war sein Ein und Alles. Dein Scheib des Job hätte ihn todunglücklich gemacht, das weißt du doch. Harry nickte. Seine Augen begannen trotzdem zu brennen. Draco strich ihm über den Rücken und beugte sich vor, um seine andere Hand an Harrys Wange zu legen. Wenn du gerne zu Johns Grab möchtest, kann ich dich heute Nachmittag gerne hinapparieren, süßer. Nach deinem Termin im Krankenhaus. Ich hätte dich sowieso abgeholt. Wir können Blumen aus unserem Garten mitnehmen. Die Tulpen blühen gerade so schön. Wusstest du, dass sie für Vergänglichkeit stehen, aber auch für Liebe und Zuneigung? Wir können nach dem Mittagessen einen Strauß fertig machen, wenn du magst. Harry nickte noch mal. Er bemerkte, dass ihm die Tränen aus den Augen zu Quellen drohten, schämte sich aber nicht dafür, auch wenn er erst gestern vor dem Slytherin geweint hatte. Draco war so liebevoll und Harry musste sich eingestehen, dass das der Hauptgrund gewesen war, wieso es ihn ins Büro gezogen hatte. Er war auf der Suche nach Trost und menschlicher Wärme gewesen und er hatte einfach gewusst, dass er beides bei Draco finden würde. Nun saß er einfach da und ließ seine Traurigkeit aus sich herausströmen. Er war nicht allein. Nach einer Weile fühlte sich Harry deutlich besser. Er richtete sich auf seinem Stuhl auf und Draco griff nach einem der Briefe, die Harry noch immer in der Hand hielt. Ja, das ist der Brief, in dem Harry von der Zuordnungsfeier und dem entsprechenden Hut erzählt. Dann zupfte ein hellgelbes Blatt aus Harrys Händen. Und das ist Mirjas Version des Ganzen. Sie klingt richtig abgeklärt. Ich bin mir allerdings sicher, dass er viel aufgeregter war, als sie durchblicken lässt. Er hielt Harry die beiden Briefe hin. Ich weiß von der Feier eigentlich auch nur durch das, was in diesen Briefen steht. Du weißt doch, wie die Kinder sind. Wenn man was von ihnen wissen möchte. Einsilbrig. Aber die Briefe sind ausführlich und du kannst Ari und Mirja nochmal fragen, wenn sie morgen kommen. Sie wissen doch, dass du dich an das letzte Jahr nicht erinnern kannst. Harry nahm die Briefe entgegen und legte die restlichen auf den Tisch ab. Drago erhob sich und strich Harry nochmal über den Rücken. Dann kehrte zu seinem Platz zurück und widmete sich wieder seiner Arbeit. Harry las unterdessen die Briefe der Kinder und musste manchmal laut auflachen über Antares kindliche Freude und die altklugen Kommentare von Mirja. Antares scheint ja richtig Angst zu haben, dass ich enttäuscht bin, weil er nicht nach Gryffindor gekommen ist. Es dauerte wieder einen Moment, bis Harrys Worte zu Draco durchgedrungen waren. Anscheinend verfügte er über sehr gute Konzentrationsfähigkeiten, wenn er seine Umwelt so schnell ausblenden konnte. Aber natürlich war Draco schon immer sehr zielstrebig und effektiv gewesen, abgesehen bei seinen Mordplänen, Dumbledore gegenüber. Und jetzt arbeitete er in der Mysteriumsabteilung des Ministeriums. Die nahmen nur die schlauesten Köpfe und die Verrücktesten, wie Harry und seine Kollegen oft spotteten. Es gab eigentlich nur zwei Typen von Unsäglichen, die verschrobenen Wissenschaftler und die arroganten Besserwässer. Harry konnte sich vorstellen, dass Draco eine Mischung aus beidem war. Seine Gedanken wurden in dem Moment von Dracos Antwort unterbrochen, die sie verspätet kam. Ja, ich sagte ja, dass er enttäuscht war, nicht nach Gryffindor gekommen zu sein. Draco hatte ihm nicht richtig zugehört. Wenn er enttäuscht war, dann nur, weil er Angst hatte, mir würde es etwas ausmachen, korrigierte er Draco, dessen Blick schon wieder an seiner Buchseite klebte. Ja. Ja. Harry musste ein bisschen über Dracos mentale Abwesenheit schmunzeln. Sag mal, was liest du da eigentlich? Harry legte die Briefe beiseite, ging um den Tisch herum, um einen Blick auf den Text zu werfen, der Draco so zu fesseln schien. Als er dem schönen Studiosus ähm, das hat er jetzt nicht gedacht, oder? Näher kam, stieg ihm Dracos verführerischer Geruch in die Nase. Allein das war ein Grund, sich noch etwas tiefer über ihn zu beugen. Eine Abhandlung über Oblivierungszauber. Oh. Es war Harry auch im Blick kleinlich, dass er den halben Morgen verschlafen hatte, anstatt zu versuchen, Draco mitzuhelfen, ihm seine Erinnerung zurückzugeben. Ich helfe dir, gibt es noch mehr Bücher dazu? Wir haben nur noch das da. Draco deutete auf ein dickes, in schwarzem Leder eingebundenes Buch. Das ist allerdings auf Französisch, und dann gibt es hier noch zwei Schriftrollen, auf denen ein paar ganz spezielle Oblivierungszauber beschrieben werden. Ich habe sie mir noch nicht genau angeguckt. Sie sind in Alpersisch. Ich kann noch nicht mal die Schriftzeichen lesen, aber ich werde mir einen der Übersetzer aus dem Archiv ausleihen. Harry überlegte, ob er einen Spruch kannte, der das französische Buch übersetzen würde. Draco folgte seinem Blick und meinte, Das nehme ich mir später vor. Ich spreche schließlich Französisch. Ich werde aber heute, wenn du bei der Therapie bist, nach weiteren Büchern in der Ministeriumsbibliothek schauen. Dann kannst du auch loslegen. Ja, gerne. Wenn Hermine nicht schon alle ausgeliehen hat. Gab Draco zu bedenken. Was sehr wahrscheinlich ist. Mit einem wissenden Lächeln schauten sie sich an. Harry wollte gerade zu seinem Platz zurückgehen, da fiel sein Blick auf ein dickes Buch mit einem grau-blauen Einwand. Auf dem Buchrücken waren ineinander verschlungen, helle Linien zu sehen, denen Titel und den Aurora-Namen umgaben. Draco Malfoy, das Wesen, magische Häuser. Harry nahm das Buch in die Hand. Auf dem Buchdeckel befanden sich die gleichen Linien und bildeten stilisierte Formen eines Hauses. Darin standen noch einmal Dracos Name und der Buchtitel. Draco, du hast ja ein Buch geschrieben. Erfürchtig fuhr Harry mit der Hand über den edlen Einwand. Der Angesprochene hatte sich zu ihm umgedreht und beobachtete Harry dabei, wie er durch die Seite blätterte und die zahlreichen Bilder von den unterschiedlichen Häusern und Räumen betrachtete. Bei einem Bild vom alten Fuchsbau hörte Harry auf zu blättern und schaute zu Draco. Das ist die Trivial-Vision meiner Dissertation zur Magie von Häusern. Meine Dissertation steht daneben. Sie war zu wissenschaftlich, als sie für die Allgemeinheit von Interesse gewesen wäre. Aber das Thema lag mir einfach so am Herzen, dass ich nochmal einen einfachen Text darüber verfasst habe. Harry zog die genannte Dissertation ebenfalls aus dem Regal. Der Einwand war weniger aufwendig gestaltet als der andere und im Inneren gab es keine Bilder, dafür aber viele Formeln, Grafiken sowie ein mehrseitiges Quellenverzeichnis. Er schob das Buch zurück ins Regal und widmete sich wieder dem anderen Exemplar. Draco war aufgestanden und blickte Harry über die Schultern. Sein Atem streifte Harrys Hals, als er einen Schauer über seinen Rückenlauf ließ. Da entdeckte Harry gerade mehrere Bilder von Manau, die darstellten, wie sie sich das Anwesen in den letzten 30 Jahren verändert hatte. Irgendwann nach dem Krieg war das Gebäude sogar gestrumpft. Es war nicht mehr so lang wie früher und ein Stockwerk fehlte. Außerdem hatte sich die Farbe der Sandsteinfassade in den Jahren nach dem Krieg aufgehellt. Die Zufahrt zum Haus hatte sich ebenfalls verändert. Im Krieg hatte eine Hecke eine Art Tunnel gebildet, die auf dem Eingang zuführte. Nun standen die Büsche weiter auseinander und ließen einen einladenden Blick auf das Herrenhaus zu. Das ist unglaublich, murmelte Harry, während er mit seinem Finger über eines der Bilder fuhr. Du warst dabei, als es sich zu dem verwandelte, was es heute ist. Ich kann mich noch erinnern, wie erschrocken du warst, als du morgen in den Garten gegangen bist und dir plötzlich auffiel, dass ein Stockwerk fehlte. Zu dem Zeitpunkt hatten wir schon eine ganze Weile gewohnt und du hattest dich in den Wochen zuvor mehrfach beschwert, dass dir das Gebäude für unsere kleine Familie viel zu groß sein. Platz gibt es hier immer noch, mehr als genug, meinte Harry kopfschüttelnd. Er sagt das nicht zu laut, warnte Draco. Du glaubst, wie haben wir die Kurzversion wir haben verschiedene Rituale durchgeführt, die uns zu den Herren des Hauses gemacht haben und unsere Bindung zu ihnen gefestigt und seine Magie reagiert auf unsere Bedürfnisse. Aber als Erbe warst du doch schon immer der Herr von Malfoy Manor, nicht nach Voldemort. Als er hier einzog, hat er die Herrschaft mit Gewalt übernommen und dadurch die Position von meinen Eltern und mir stark geschwächt. Vom Recht der Geburt her waren wir die Herren des Mänors, aber durch Voldemort war die Magie des Hauses nicht mehr auf uns abgestimmt. Und das blieb lange Zeit so, denn nach dem Krieg kamen meine Eltern nach Askewan und ich ging nach Hogwarts. In der Zwischenzeit haben Beamte aus dem Ministerium hier herumgewütet und Artefakte mitgenommen, die seit Jahrhunderten im Besitz unserer Familie waren und zum Haus gehörten. Die paar verbliebenen Hauselfe, die es noch gab, sind in die Dienste anderer Magier getreten. Draco's Stimme klang nicht aufgebracht, als er das sagte, was Harry etwas verwunderte. Der Slytherin gab einfach einen neutralen Bericht über die Ereignisse nach dem Krieg. Danach blieb das Mänor sich selbst überlassen. Als Mutter und ich ein Jahr später versucht haben, wieder einzuziehen, war es bereits so verwahrlost, dass es sich gegen uns wandte. Vorher waren Askewan umgebracht worden, also konnte er uns auch nicht mehr in der Ritual einweisen, die das Anwesen auf mich oder meine Mutter übertragen hätte, falls das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch geholfen hätte. Weil sie nicht im Mänor wohnen konnte, zog meine Mutter nach Nyssa. Ich bin zum Studium nach Frankreich gegangen. Wieder hat sich keiner um das Haus gekümmert, wodurch sich alles noch verschlimmerte. Was denn genau? Na, der Spuk. Die Magie des Hauses war durch die Gräueltaten Voldemors und die Atmosphäre von Angst und Schrecken, während das Krieg ist dunkel und unberechenbar geworden. Es hat in Voldemors Zimmer eine Art Geschwür ausgebildet. Hier auf dem Bild kann man es sehen. Greg bedeutete auf einen Raum, der aussah, als ob ihn von Fäulnis überzogen war. Das Mänor war krank, es litt. Häuser, an denen schon lange Magie gewirkt wurde, bilden eine Seele aus und die war beschädigt. Harry nickte. Das mit der Seele, davon hat er schon gehört. Außerdem produzierte das Mänor geisterhafte Erscheinungen, je nachdem, von wem seine Besucher am meisten Angst hatten. Mich hat es mit einer Geistergestalt von Nagigini gejagt und dich mit den Scheinen von Hermine. Mutter hat immer das Gefühl, Greyback würde hinter ihr stehen. Insgesamt war die Atmosphäre feindselig und gruselig. Man konnte es ja nicht aushalten. Aber wie hast du das alles ändern können? Ich habe die Seele des Hauses durch Rituale geheilt. Aber das habe ich nicht alleine gemacht, Harry. Du hast mir ganz viel dabei geholfen. Wir haben das Haus mehrfach untersucht und dann begann ich, gezielte Nachforschungen über die Magie von Häusern anzustellen. In der Endphase meines Studiums machte ich dann genau das zu meinem Schwerpunktthema. Ich hatte die Magie von dunkelmagischen Objekten studiert. Erst in Frankreich, dann in London bei Professor Grünsack. Lionel hat mir danach auch wieder erwartet viel geholfen. Draco grinste schief, so als würde er sich eine besondere Begebenheit mit seinem Professor erinnern. Naja. Jedenfalls in Frankreich bin ich durch Jean, einem Freund von mir, an eine Sammlung von einzigartigen Schriften über Hausritte alle gekommen. Die Älteste stammte aus dem frühen Mittelalter und verwies auf andere Werke. Von da führte mich meine Recherchen von einem Ort zum anderen. Ich habe mit Zaubern und Hexen auf der ganzen Welt Kontakt aufgenommen. Hausbesitzer, Wissenschaftler, Bibel-Tekare und so weiter. Und dann haben wir einige von ihm besucht. Ich war vor fünf Monaten unterwegs und du hast dir drei Monate unbezahlt in Urlaub genommen, um mich begleiten zu können. Wir haben die Welt bereist, gearbeitet und Urlaub gemacht. Du natürlich, mehr als ich. Schob Draco mit einem schämischen Lächeln hinterher. Harry war klar, dass er sich damit auf den Urlaub bezog und nicht auf die Arbeit. Er war aber viel zu geplättet von den ganzen Informationen, als dass ihm eine gute Erwiderung eingefallen wäre. Und es gibt ein Fotoalbum über unsere Reise. Steht im kleinen Salon, wenn du reinschauen möchtest. In dem Moment machte es Plopp und Luli bat sie zum Mittagessen zu kommen. Ah, gut, Luli, meinte Draco. Harry, kommst du? Ich gehe schon mal vor. Ich muss vorher noch ins Bad. Ins Bad? Ach, aufs Klo. Ja, ich komme gleich. Während Draco den Raum verließ, stellte Harry das Buch zurück ins Regal. Bei Zuklappen fiel sein Blick auf eine Widmung, die in schön geschwundenen Lettern auf der Seite und auf dem Inhaltsverzeichnis stand. Neugierig flogen Harrys Augen über die Zeilen. Für Harry. Die Magie eines Hauses ist wie eine Seele. Sie gedeiht durch die Liebe seiner Bewohner. Dieses Haus wird durch unsere Liebe wachsen, wie meine Seele durch deine Liebe fliegt. Etwas in Harrys Bauch zog sich zusammen, als er das las und verwandelte sich dann in tausend kleine Schmetterlinge. Es war kein unangenehmes Gefühl, im Gegenteil. Warm und seltsam aufregend fühlte es sich an, wie eine große Freude. Anhalt 127. Hopp. hier von institution takie ja